Manchmal zum Kotzen, auch wenn ich nicht reine, dann sage ich Sachen, die ich genauso meine. Dann tue ich Dinge, die ich später bereue, die ich mir niemand mehr verzeihe. Aber meistens bin ich richtig ausgeglichen, überglücklich und charme. Und dann hole ich auf der Truhe meiner Meurikmi-Schuhe und den Wegen nicht sehr elegant. Und die Leute gehen vorbei und sie wurden so ein Mist, schon wieder ein Idiot, der mit dem Kosmos im Einklang ist. La 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 la. Ach, sie sind so neidisch, müssen sie so sein. Die fahren dicker Autos und sie sind nicht allein. Die Neid macht mich traurig und aus Trauer wird Wut. Dann werde ich sehr böse und das tut richtig gut. Aber meistens bin ich richtig ausgeglichen, überglücklich und charme. Und dann hole ich auf der Truhe meine Meurikmi-Schuhe und bewege mich sehr elegant. Und die Leute rufen, wir wissen, wer du bist. Du bist Panikverdankt, der mit dem Kosmos im Einklang ist. La 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 la. Ja, dann bin ich verwundert und sage nett Hallo. Dann bin ich überglücklich, ja, manchmal bin ich so. Aber meistens bin ich richtig ausgeglichen, überglücklich und charmant. Und dann hol ich aus der Zuhörer meine Arrhythmie-Schuhe und bewege mich sehr elegant. Und die Leute gehen vorbei und sie rufen so ein Mist. Schon wieder ein Idiot, der mit dem Kosmos im Einklang ist. La, 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 la. La, 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 la...